Oh mein Gott, die Kommentare sind ja unheimlich moderiert. Okay, da gehen wir ja gleich richtig rein. Gottlos auf Mutter wird hier Oma. Oh, 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 oh. Du, ich, dieses Video, das ist die richtige Entscheidung gewesen. Aber wenn du es geguckt hast, dann schau doch mal bei Meinungsmacher vorbei. Da gibt es jeden Tag neue Informationen aus den Nachrichten und aller Welt mit politischen Themen. Oder vielleicht beim zweitklassigen Reaktionskanal. Denn wir haben so viele Reaktionen, dass die halt nicht auf den Hauptkanal passen. Also guck da gerne vorbei. Und jetzt weiter mit dem Video. Cut! Lass uns mal weitermachen mit der Situation rund um den Healy. Weil, das scheint ja in die nächste Runde zu gehen. Und wir reden nicht von den Rollschuhen. Sondern wir reden von dem verschwurbelten Anstecker, Infrarotsender, der dich von Schmerz befreit. Ladies and Gentlemen, fassen wir zusammen. Simplicissimus hat ein Video gemacht und der Healy Geschäftsführung ehrenlos jede letzte Würde abgenommen. Die sie noch übrig hatten, trotz des verbrecherischen Systems der Heilungsversprechen mit ihrer Infrarot-Diode, die sie als Quantensensor verkaufen. Healy hat erst mit einem Urteil und mit einer Klage gedroht und die dann auch zurückziehen müssen, weil das Landgericht Hamburg auf jeden Fall das zuständige Gericht gesagt hat, seid ihr komplett bescheuert? Ihr kriegt hier vollkommen auf die Fresse. Nachdem sie diese Klage zurückgezogen haben, haben sie jetzt anscheinend ein Video produziert, um sich noch ein bisschen zu verteidigen. Nun, lass uns da mal reingucken. Zuletzt war Healy unsachliche Kritik ausgesetzt. Unsachlich. Die Akteure, wieder einmal, besonders subjektive Fernsehformate wie Simplicissimus, Fern und Funk. Leider gehen viele Menschen auf Social Media diesen Filmen auf den Leim. Oh mein Gott, die haben ja wirklich, die versuchen hier ja wirklich etwas zu konstruieren, das ihrem Narrativ entgegensteht. What? Besonders subjektiv? Bruder, ihr verkauft eine Fernbedienung für 3.500 Euro. Wenn ich mit dem Healy an meinem Smart-TV vorbeigehe, dann schaltet der um, wenn ich den aus Versehen drücke. Ihr habt die teuerste Fernbedienung der Welt produziert für 4 Riesen und ihr redet davon, dass ihr eine subjektive Berichterstattung habt? Digga, jedes Mal, wenn irgendjemand mit einem Healy an einem TV vorbeigeht bei dem Medienmarkt oder bei dem komische, weiß ich nicht, in irgendeinem Fachhandel, dann wird der Fernseher automatisch auf den Astro-TV-Kanal umgestellt. Habt ihr nicht alle Latten am Zaun oder was? Unsachlich? Quantensensoren? Raucht ihr das Kristalline, bevor ihr das... Also, das ist ja wild. Unsachlich? Bruder, in dieser Maus von Logitech ist mehr Raumschifftechnik verbaut, die wahrscheinlich genauso heilsam für meine Seele ist, wie euer beschossener Healy. Weißt du, was der Unterschied ist? Ich kann mit eurem Healy meine Maus nicht bedienen, ihr dämlichen Trottel. Wollt ihr mich verarmen? Vollkommen hops genommen. Jegliche Argumentation hat euch zerrissen. Und dann schützt man sich mit allgemeinen Artikeln zu... Also, guck mal, die hier, also die vom Kurzgesagt und Simplicissimus sind übrigens nicht mehr bei Funk. Hä? Das ist vollkommen komisch, weil hier wird ja dafür gesorgt, dass Funk als unseriöse Quelle stattfindet, aber die YouTuber, die das zum Teil betrifft, sind ja nicht bei Funk, also sind die nicht unseriös, aber dann doch unseriös, weil die haben ja auch was gegen euch gesagt. Alter, Digga, was? Gegenüber unseren Membern ist das nicht fair. Oh mein Gott. Euren Membern. Das heißt, die ganzen Trottel, die 4000, die 4000 Flaschen zusammengetragen haben, um sich euren esoterischen, eure esoterische Fernbedienung mit Heilversprechen zu holen, oder was? Membern? Digga, haben die vorher eine Kutte getragen und sind Prospects gewesen, oder was? Was für Member? Die Member? Was ist denn das hier? F*** ein One-Percenter, oder was? Aber die Diskussion verselbstständigt sich. Interessant, dass diese Formate jetzt ihrerseits am Pranger stehen. In den sozialen Medien werden Fragen nach Glaubwürdigkeit und Sensationsgier der YouTube-Filme diskutiert. Wir bei Healy World gehen einen anderen Weg. Uns geht es um Vertrauen. Oh mein Gott. Uns geht es um Vertrauen. Leute, die dem Healy vertrauen, sind genau dieselben Leute, die in dieser komischen Blechdose dem Controller vertraut haben, um runter zur Titanic zu tauchen. Am Ende des Tages ist der Healy ein bisschen günstiger als ein 250.000 Dollar Trip runter zur Titanic. Aber holy shit, das ist ja mega dämlich. What? Vertrauen? Anders kannst du diesen esoterischen Schwachsinn ja auch nicht verkaufen. Bruder, du kannst dich, du hast den gleichen Effekt, wenn du dich in dein Bett legst und aus deinem Wohnzimmer und aus deinem Schlafzimmer die Fernbedienung deiner Fernseher nimmst und sie überkreuzt über deine Brust zusammenlegst und immer auf die Umschalttaste drückst. Digga, das ist dein persönlicher Doppel-Healy. Und in diesem Zusammenhang muss man wirklich hier oben mal seinen Kanal umschalten. Du musst umschalten. Unsere Produkte wurden von einer offiziellen benannten Stelle gründlich geprüft. Und sind nicht schädlich. Warten Sie mal, was ist das hier? Das ist unser Quantensensor. Damit erreichen Sie ja ja nichts. Also können Sie bestätigen, dass das nicht schädlich ist? Klar, das ist ja eine Infrarot-Diode. Dankeschön. Um höchste Qualität und Sicherheit zu gewährleisten. Als Klasse 2 A Medizingerät unterliegt der Healy strikten Regeln und regelmäßigen Audit des Qualitätssicherungssystems nach der Richtlinie 93-42-EWG und der ISO-Norm 13485. Das Gerät kann dir keinen Schaden zuführen, denn es hat keinen Effekt. Healy ist ein sicheres Medizingerät. Oh mein Gott. Zusätzlich hat er eine CE-Kennzeichnung. Ohne diese Kennzeichnung dürften wir den Healy gar nicht vertreiben. Unser Compensation Plan. Unser Programm zur Provisionsverteilung folgt klaren Regeln. Bruder, das klingt alles ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob das jetzt hier, also ob das nun Healy ist oder dieser komische ehemalige Moderator, der Slimfast geil findet. Der Prozess der Provision ist ja am Ende irgendwie dasselbe. Es wurde von Branchen-Experten erstellt und von Anwälten auditiert. Okay, sie bewegen sich in einer Grauzone, aber es sollte schwierig sein, ihnen eine Straftat nachzuweisen. Holy shit, Alter. Holy shit. Und sorgfältig für jedes Land, in dem wir tätig sind, geprüft und behördlich freigegeben. Alter. So garantieren wir nicht nur finanzielle Sicherheit, sondern auch rechtliche Klarheit. Darüber hinaus folgen wir den Auflagen der lokalen Direktvertriebsverbände. Die Wirksamkeit des Healy stützt sich seit jeher auf zahlreiche öffentlich verfügbare Studien. Dieser Satz ist so, dieser Satz ist so ironisch. Die Wirksamkeit des Healy stützt sich seit Jahren auf zahlreiche öffentlich verfügbare Studien. Nämlich Studien, die klar sagen, dass über den Placebo-Effekt hinaus überhaupt nichts wirksam ist. Genauso wirksam wie ein potenziertes Globuli ist der Healy nur ein bisschen teurer. Und man kann ihn nicht essen. Zusätzlich haben wir dies durch eine externe PCMF-Studie gestützt. PCMF-Studien sollen die Marktkonformität untermauern. Das ist uns gelungen. Was rausgekommen ist? Die Verbesserung der Lebensqualität durch Mikrostromtherapie. Oh, ist das frisch. Also das ist ja frisch. Das sind die Fakten, auf die wir bauen. Besuchen Sie dazu gerne die Healy World Webseite und dort den Bereich Wissenschaft. Unsere Gesellschaft der Struktur entspricht der geltenden Gesetzgebung und folgt den entsprechenden Normen. Alter, haben die sich eingesch... Ey, man sieht mal wieder, wie insane mächtig Influencer sind. Stell dir vor, ein Multimillionen-Konzern, der betrügerisch über die ganze Welt operiert, verkauft eine 4000 Dollar Fernbedienung mit Heilversprechen. Und dann kommt ein YouTube-Kanal, der das Ganze aufklärt und diesen esoterischen Schwachsinn mal richtig einordnet. Und dieser Multimillionen-Dollar-Konzern sieht sich nicht nur genötigt, das Ganze zu verteidigen, sondern sie müssen nicht nur Anwälte auf die loslassen, die dann ratlos aufgeben, sondern ein PR-Video drehen, um den Anschein zu erwecken, dass das ein medizinisches Produkt ist. Ein Produkt, wo auf der eigenen Webseite, wenn man ganz nach unten scrollt, steht, dass es keinerlei medizinische Wirkung hat. Are you kidding me? Was kackt ihr euch ein? Holy shit, Alter. Ey, diese Content-Kuh, die muss gemolken werden. Weil jeder muss erfahren, dass das eine betrügerische, raffgierige, ausbeuterische, menschenausnehmende Teufelsfirma ist, Alter. Und das Ding ist, mit dem Streisand-Effekt, ey, Wahnsinn. Das hätte schon längst abgefrühstückt sein können. Die hätten schon längst wieder Profite machen können. Aber jetzt werden die Aufrufzahlen und die Klickzahlen ja nochmal nach oben gehen. Ach du meine Güte. Unsere Firmen operieren im Rahmen des Steuerrechts? Ja, okay. Wir haben eigens die Healy Academy geschaffen, deren Leistungen wir kostenlos zur Verfügung stellen, um die Professionalisierung unserer unabhängigen Healy World-Member zu fördern. Die gründliche Schulung und Weiterentwicklung unserer Member steht dabei im Vordergrund. Auch die neuesten Berichte auf YouTube folgen leider demselben Muster. Deshalb geben wir euch konkrete Hinweise, wie diese Irreführung zu erkennen ist. Oh, 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 oh mein Gott. Ist das jetzt hier so eine indirekte Schulung? Da werden jetzt einfach so Narrative gesponnen, die dann einfach den Schwurbelnden an die Hand gegeben werden, damit die das sagen können? Es werden schwammige Formulierungen benutzt, vielleicht möglicherweise. Es ist wahrscheinlich, es könnte sein und wir haben kein klares Bild, wir wissen nicht. Im Video gibt es einen Hinweis aus rechtlichen Gründen, dass es sich nur um die Meinung der Autoren handelt und nicht um belegbare Tatsachen und Fakten. Die Wissenschaft erkennt die Existenz des Informationsfeldes, die Analyse und Harmonisierung damit und seine sonstigen Bedeutungen nicht an, da keine wissenschaftliche Evidenz vorhanden ist. Die individualisierte Mikrostromfrequenz, Programme des Helis, der Helicoil und der Magnetfeldprogramme von MacHeli werden von der Schulmedizin nicht anerkannt, da wissenschaftliche Evidenz im Sinne der Schulmedizin fehlt. Schulmedizin, ach guck an. Die Informationen auf dieser Seite dienen nur zu Referenz- und Bildungszwecken. HeliWorld haftet nicht für Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung der auf dieser Seite bereitgestellten Informationen entstehen. Alle Informationen werden auf einer Ist-Basis präsentiert und die Verantwortung für ihre Auslegung und Nutzung liegt allein beim Nutzer. Hm, komisch. Klingt jetzt erstmal sehr schwammig alles. HeliWorld übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt anderer Websites, die mit dieser Website verlinkt sind und billigt diese auch nicht. Also beispielsweise Leute, die eure Produkte vertreiben. Klingt nicht so, als wäre das besonders konkret. Klingt eher so, als hätte man ein sehr langes Produkt mit sehr vielen unterschiedlichen Sachen entwickelt und auf der letzten Seite, auf dem Ende eurer Seite steht, dass ihr all dem widersprechen müsst, weil es keinerlei Evidenzen, keine belegbaren Studien, keine Aussagen gibt, die tatsächlich dem zustimmen, was ihr behauptet. Das ist absurd. Ihr seht, persönliche Meinung ohne Belege. Jeder der Beiträge ist mit dem Satz Voice Actor Reading a Transcript of Memory gekennzeichnet. Also, Synchronsprecher liest eine Abschrift eine Erinnerung. Auch hier keine belegbaren Hinweise auf Personen oder Zusammenhänge. Bei HeliWorld verfolgen wir eine klare Vision. Wir nehmen euch das Geld aus der Tasche. Qualität, Ethik, Transparenz und wissenschaftliche Integrität. Wissenschaftliche Integrität. Und dann kommt ein Video, wo mir erklärt wird, wie Schmerzbehandlung mit dem Heli funktioniert. Ethik und wissenschaftliche Integrität. Ja. Wissenschaftlich. Wow. Holy shit, Alter. Was für ein Verbrecherverein. Oh mein Gott, die Kommentare, Digga. Die Kommentare einfach. Mir hat geholfen bei meinem Nasenbruch. Mit meinen Jungen, 65 Jahren, auf dem Eis direkt auf die Nase gefallen. Ohne Hände. Bin nicht zum Arzt gegangen. Nur zwei Helis genutzt. Lokal. Und über Armbänder. Alter. Nach acht Tagen bin ich zum Arzt, weil mich mein Sohn überredet hat. Die Ärztin verstand erst mal nicht, worüber ich spreche. Das heißt, es war nichts zu sehen. Erst als ich ihr Fotos gezeigt habe, schaute mich erstaunt an und fragte, wie habe ich das geschafft? Dann erzähle ich ihm Frau Heli und sie fotografierte ihn ab. Guckt euch das an, Alter. Guckt euch diese psychotische, okkulte Sekten an. Kommentare sind pausiert. Kommentare sind pausiert. Ja, genau. Die Kommentare sind pausiert. Das ist ja absurd. Das habe ich ja noch nie gesehen. Die Kommentare sind pausiert. Digga, was? Was ist pausiert? Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020